Was für eine paradoxe Situation. Die Weltwirtschaft hängt am Tropf. Den deutschen Arbeitnehmern geht es so gut wie nie, zumindest gesundheitlich. 2007, als das globale Finanzsystem aus den Fugen geriet, ließen sich gerade mal 3,2% aller Arbeiter und Angestellten krankschreiben. 1975 waren es knapp 6%. Aber sind Deutschlands Arbeitnehmer tatsächlich gesünder? Ernähren sie sich besser? Treiben sie mehr Sport? Leider nein. Die Statistiken offenbaren ganz andere Zusammenhänge. Etwa die Angst um den Arbeitsplatz. Wer häufig fehlt, fliegt vielleicht bei der nächsten Entlassungswelle raus. Außerdem befindet sich Deutschland im Übergang von einer Produktions- zu einer Dienstleistungsökonomie mit der Folge, dass körperlich schwere Arbeit immer seltener wird. Gesundheitlich riskante Arbeitsplätze, sagt Hermann Kotziber vom Institut für Sozialforschung der Universität Frankfurter Main, wurden nach Osteuropa und Fernost exportiert. Dass wir also sagen, niedrige Krankenstände haben, heißt nicht, dass das Arbeiten insgesamt gesünder geworden ist, sondern dass eher die weniger belastenden Tätigkeiten hier in Deutschland verblieben sind. Dadurch haben sich die Krankheitsprofile verschoben. Standen vor 40 Jahren die Folgen ungesunder Arbeitsplätze im Vordergrund, leiden Arbeitnehmer heute häufig an psychischen und psychosomatischen Krankheiten. Depressionen, Überforderung, unspezifische Magen- und Darmleiden, Kopf- und Rückenschmerzen. Und es sind allerdings Erkrankungen, bei denen dann auch die Gefahr besteht, dass die medikamentös unterdrückt werden, also Anzeichen von Depressionen oder auch Schmerzzuständen, dass das einfach durch einen gesteigerten Arzneimittelkonsum einen Deckel drauf bekommt. Und das geht eben nur in eine bestimmte Zeit und dann treten möglicherweise gravierende Phänomene auf. Der Einzelne kann einfacher als früher erste Symptome seiner Krankheit beeinflussen. Soziologisch gesehen sei die Arbeitsunfähigkeit ohnehin ein Aushandlungsergebnis. Der Arbeitnehmer muss selbst zwischen seinen Arbeits- und Gesundheitsinteressen abwägen. Und da spielen seit einigen Jahren die Arbeitsinteressen eine immer wichtigere Rolle, sagt Stefan Vosswinkel vom Institut für Sozialforschung. Da kann man schon darüber diskutieren, ob man mit einem gebrochenen linken Arm nun arbeiten kann. Als geistig Arbeitender, als körperlich Arbeiter war das klar, dass man das nicht konnte. Insofern ist diese Grauzone, wann ist man wirklich arbeitsunfähig, eine andere geworden. Und von daher ist die Grenze auch schwerer zu bestimmen, wann man jetzt arbeitsunfähig ist. In gewisser Weise zeigt sich hier die Kehrseite der Humanisierung des Arbeitsplatzes. Gut gemeinte Prinzipien wie Selbstorganisation, Eigenverantwortung und Zielvereinbarungen führen dazu, dass wir es ja vermehrt mit Teamarbeit zu tun haben, mit sehr stark termingebundenen Arbeiten, mit Arbeiten, die beim Kunden stattfinden, wo also die Mitarbeiter unmittelbar erfahren, dass ihre Krankheit jetzt negative Folgen hat für die Kollegen, für das Verhältnis zum Kunden, für die Fertigstellung des Produkts und Ähnliches mehr. Unter dem Gruppendruck überlegt sich mancher Arbeitnehmer genau, ob er zum Arzt geht. Genau hier beginnt das Phänomen der Krankheitsverleugnung, das die Frankfurter Soziologen in vier Varianten einteilen. Die Krankheit wird entweder verschwiegen, sie wird ignoriert, die Symptome werden eingeengt, oder aber der Kranke will einfach nicht wissen, dass er krank ist. Er fühlt sich unersetzlich. Dies führt dazu, dass immer mehr Menschen krank zur Arbeit gehen, dann eben einerseits die volle Leistung nicht bringen können, die Gesundheit der Kollegen gefährden, der Kunden und möglicherweise auch Qualitätseinbußen im Prozess noch zur Folge haben. Kranke Arbeitnehmer leisten weniger, infizieren gesunde Mitarbeiter und verbreiten einfach eine schlechte Atmosphäre. Wer möchte schon neben einem ständig schniefenden Kollegen sitzen? Amerikanische Arbeitssoziologen diskutieren die Folgen dieses Phänomens unter dem Begriff Präsentismus. Ein niedriger Krankenstand ist keineswegs immer sinnvoll, Weil natürlich ein gesunkener Krankenstand, also niedrige Fehlzeiten, eben genau das sozusagen zum Ausdruck bringen können, was auch problematisch ist, nämlich das, was wir als Präsentismus oder Krankheitsverleuchtung bezeichnen. Aber die Fixierung auf diese Kennziffern ist noch sehr stark und verhindert, glaube ich, ein rechtzeitiges Hinschauen darauf, dass Vorgesetzte vielleicht auch mal sagen müssen, du bleibst jetzt besser zu Hause, weil du siehst mir hier nicht gesund aus. Arbeitnehmer können auf diese Situation in zweierlei Weisen reagieren. Sie ignorieren den Gruppendruck und kurieren sich aus, was bestimmt nicht immer einfach ist und voraussetzt, sich auch mal mit den Folgen des Leistungsprinzips auseinanderzusetzen. Oder dieses Thema wird teilt, tarifliche Auseinandersetzungen mit dem Ziel, dass Arbeitgeber... Diese Faktoren minimieren, die dazu führen, dass Mitarbeiter häufig durchaus freiwillig krank zur Arbeit gehen, also mit dem Termindruck, mit der knappen Personaldecke, die ein wichtiger Faktor ist. Wenn man ausfällt, ist tatsächlich erstmal keine Vertretung, kein Ersatz da. Dass diese Arbeitsprozesse, soweit es möglich ist, etwas entzerrt werden. Und da ist sicherlich die Frage der Personaldecke ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Bei rund 3,5 Prozent liegt der aktuelle Krankenstand. Ihn entscheidend zu senken, ist weder möglich noch sinnvoll. Die Maßnahmen wären vor allem eines, teuer. Man könnte fast vermuten, dass jedes weitere Zehntelprozent exponentiell teurer wird. Und dass es einfach eine ganz dumme Milchmädchenrechnung ist, wo man meint, wir müssen das möglichst nah an Null herunterfahren. Die Zeiten, wo man mit relativ einfachen Maßnahmen da noch große Sprünge im Bereich des Krankenstandes erreichen konnte, die sind seit einigen Jahrzehnten vorbei. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020